Hallo Leute, es geht weiter bei der Witcher 1, nicht 2, nicht 3, sondern Witcher 1. Warum? Weil ich will jetzt nach der Reihenfolge machen und ich, äh, immer. Au, au. Und nicht durcheinander, oder mit, äh, was ist nie passiert. Was ist abgefackelt? Nichts der Eingang. Cool, was ist das hier? Wo bin ich denn hier? Bei der Eingang ist es aber richtig schnell, oder? Merke ich jetzt erst. Ist hier was Besonderes? Ich glaube es nicht. Ich will hier raus. Jetzt muss ich den Weg rausfinden. Super. Ah, hier, warte. Hey? So. Wer seid ihr? Oh, was ist jetzt? Das Krankenhaus des heiligen Mai. Ach, da wollte ich ja hin. Für die Opfer der Katrion verpestet. Danach gibt es nur noch zwei Getarten. Ich will jetzt den Weg raus. Die Opfer der Katrion verpestet. Ich will jetzt den Weg raus. Oh, ich will jetzt den Weg raus. Ich will jetzt den Weg raus. Musik Annehmen So ist besser, oder? Was ist los? Das wäre ja von mir Kein Durchgang Ich gehe rein Da drin sind kranke Patienten Ich dulde nicht, dass ihr die Pestilenz verbreitet Lebt wohl Hinter jener Ecke Da bewegt sich was Ja, ja So, warte An Jobs, was ist das denn? Wo ist denn das? Kalksteinshaus Was muss ich da machen? Er ist tot Ich muss jemanden anderem finden, der Vanguard kannte Okay Ich weiß nicht, ob das Was man hier nicht schneller laufen kann Kann man nicht sprinten? Ach, das muss es doch geben Äh War jetzt nach den ganzen Visionen Ah, hier ist Steuerung Kämpfen Trinke Fader Ey, was ist denn das? Kann ich nicht Keine Ahnung Kamera Andere Andere So Weit, okay Symmetrische Kamera niedrig Tagebuch Moment, aber Nö Also Schnitt Naja, so Kampfstil Äh Ja, nö Dann Ich kann Bock mehr auf das Spiel Was ist das denn? Werbung Werbung Ende So Hier wohnt War ich da nicht schon? Okay Ja Geht da hinter der Tour Ich wollte Ich Hallo, jemand da Ist da jemand? Den ich gerade hier verklaue Scheint es nicht zu interessieren Der Herr Da ist der Kalkstein Endlich folgt der Hexer Gerald Meinem Ruf Wir sehen uns wieder Ich brauche wieder eure Hilfe Wobei? Eine ernste Sache Etwas Das zum Meilenstein Der Alchemie werden könnte Und es steht mit Eurem Berufszweig In Zusammenhang Erzählt mir mehr Oh, tut mir leid Ich war ganz in Gedanken Ja, das ist gut Das ist gut Hauptsache Du hast Ich Mit Wodka Geschmisch Gemisch Ein bisschen Wodka Und dann Ich hatte eine Aufgabe Ich habe gehört Hexer Berengar Für euch Ich habe gehört Hexer Berengar Hat für euch gearbeitet Ich hatte gehofft Ihr würdet das Nicht erfahren Geht es etwas ausführlicher Ich heuerte ihn an Um das Rätsel des Turmes Zu erforschen Ich wollte euch Keine Angst machen Aber ich habe mit diesem Bauwerk noch etwas vor Ihr habt ihn angeheuert Und er ist verschwunden Kommen euch das nicht Komisch vor Deshalb sollt ihr Das Rätsel lösen Vielleicht findet ihr Dabei auch heraus Was Berengar Zugestoßen ist Was meint ihr Was passiert ist Konkurrenten Die auch hinter diesem Wissen her sind Könnten Berengar Beseitigt haben Er gab mir Dieses Buch Es könnte Für euch Von Nutzen sein Na Kann es mir das geben Habe ich das jetzt Reden wir über Die Salamandra Hm Ich glaube Ihr steckt mit denen Unter einer Decke Was Ich Warum Das wüsste ich Auch sehr gern Hinter was seid ihr her Ähm Ich weiß ja Ich weiß das ja gar nicht Also ich habe jetzt Gar nicht Den Text zugehört Ähm 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 Ist das oder Ist es nicht Aber anderen hat mir ja Das hier Beantwortet Ne Es gibt Fakten Die darauf hindeuten Dass ihr mit der Organisation Verbunden seid Es ist schon Verdächtig Dass Leute Die ihr anheuert Von den Salamandra Verfolgt werden Ich weiß nicht Wer Berengar Verfolgt hat Aber ich hatte Nichts damit zu tun Ihr habt ihn Nicht in eine Falle Gelockt Um in Azar Javed zu übergeben Würde ich Für die Salamandra Arbeiten Würde ich Niemals zulassen Dass man mich Mit Berengar In Verbindung bringt Ihr beleidigt Meine Intelligenz Geht weg Ich glaube euch Ich weiß nicht genug Um mich zu entscheiden Wechseln wir das Thema Wir dürfen keine Zeit verlieren Wenn ihr diesen Verbrecher findet Helfe ich gern Jetzt aber wieder an die Arbeit Okay Das ist nicht Aber niemals würde der Saber sagen Ja Ich helfe dir dabei So Wen muss man denn jetzt Zu wem müssen wir denn jetzt Ich muss ihn anschließen Kann ich dann fragen Kann ich dann Werde der Fall Bearbeiten Werden sich noch Neu befinden Und zwar Tor zum Deich Okay Tor zum Deich Wer ist der Verdächtige Das erfahren wir In der nächsten Nimm das Was Was denn du Oh Hab ich etwa das Falsche Wo kommt der auf einmal her Was gibt's zu Hause oder was Ich helfe dir gleich Mit dem zu Hause gehen Trottel Ach Wir hoffen die Ballmeuschlein Ach du Scheiße Sind die alle wahnsinnig geworden Alter Komm Oh Falsch Ausgewischen Ha Sind die keine Wachen Guck mal Wache Hilf mir mal Entschuldigung Naja Ich bin nicht mit Krieg Hallo Ach hier kommt man auch Auch lange Tor zum Deich Ich muss da reich Äh da bin ich reich Ja und jetzt Hey Ah Okay Wohin Boot Des Fährmanns Ey Was Ne das will ich jetzt noch nicht machen Also Vielleicht alles habe ich hier auch von der Insel Fall fliehe Ich Nicht Ich schlaf gleich So Hab ich direkt die nächste Kürze anmacht Und das ist Der Komplizier als Zeuge Ähm Wohin muss ich Stadtkerker Na Der langsame Gerald Ich meine der ist sich ganz langsamer Kann nur so gehen Kein Schleiß Keine Das pendelt die Lampe da oben In der Karte Macht die immer so Schild Hallo Ich mache die Wache Sind paar Mäuschler hier 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 Komm rein Kerker Kerker Ah Warte Mit dem müssen wir hin Mit dem hier ne Ihr habt die Gorgo getötet Im Namen von König Foltest Gewähre ich euch offiziell pardon Endlich hat diese Posse ein Ende Nehmt eure Habseligkeiten aus der Trophäe Ehe ich sie verkaufe Und vergesst nicht die Belohnung Die auf den Kopf der Gorgo ausgesetzt wurde Vincent ist ganz verrückt nach Trophäen Ah Endlich kann ich mich entspannen Ich werde inspizieren Was wir hier beschlagnahmt haben Ausrüstung bester Qualität Ja Ausrüstung Echt gut Bester Qualität Ja viel Wie der es aufschiebt Ach da ist es ja Das hat aber weniger Schaden So stammt wird Ich werde des Ordens Minus 10 Was heißt das Hey Ich war unabhängig von Ich verstehe nicht Wie viel Schaden macht denn das Alles Alles drin zu erinnern Nur was geht Alles voll Werkes Schäde Ich glaube ich muss die Taverne mal aufsuchen Das ist nicht schön was ich hier schon alles habe Ich hoffe ich lass auf Wo waren das nochmal Taverne Was ist in der Nähe Wie das Ziel Ne Das war ein anderer Lizenzposten Können auch mal Mal da rechts gehen Und da waren wir noch nicht Siehste Waschlucker Ah Jetzt haben wir alles Oder Ah da unten ist noch etwas Da habe ich ein Eck auf Okay Was ist das denn Was so Händler für das Tor Abgeschlossen Hey Die Straßen sind nachts gefährlich Geht nach Hause Ja 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 Zick geht zick geht zick Kopf sich durch 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 Mann ey Ich kann überhaupt gar nichts mehr zu kaufen Wer hat er Dann muss ich Mal gucken Warum blicken Das nur Erste weil Zeug drin ist Oder heute mal Was mit dem Typ nochmal reden Ich muss den Schlüssel abgeben Gesundheit Verdammt Ist das stark Was ist stark Das geht euch nichts an Ich wollte doch nur Gesundheit Gute Frage Gute Frage Ahnung Das Geld wurde von Vivaldis Zwergenbank Überwiesen Kann man nicht Zurückverfolgen Wechseln Wechseln wir das Thema Ich kriege Ärger Wenn ich mit euch darüber rede Habt ihr eine Erkältung Oder Anarchie Ihr seid recht unerfahren Erfahren genug Um zu wissen Wie man Fistech Am besten einnimmt Man schiebt die Haut zurück Und reibt Ihr seid recht unerfahren Na da wo man die Haut Zurückschieben kann Jesro Solltet ihr Fistech Bei Coleman Im haarigen Beeren kaufen Sagt nicht Dass ich euch schicke Ich habe Fragen Fragt Foltest Was steht da Foltest muss Die Salamanderer Wirklich haßen Hä Was Foltest muss Foltest Wessen Das denn Wisst ihr etwas Über den gefangenen Salamander Warum sollte ich euch das verraten Hm Der Hauptmann würde mich töten Vielleicht kann ich euch ja überreden Pulver würde helfen Für was Ich habe Fragt Fragt Foltest muss die Salamanderer Wirklich hassen Wenn er einen Preis Auf den Kopf des Professors aussetzt Das ist kein königliches Gold Es stammt aus privaten Mitteln Interessant Außerdem gibt es Belohnungen Für Salamanderabzeichen Die toten Banditen abgenommen werden Wer ist dieser Philanthrop Ich kann's euch nicht sagen Aber der Repräsentant des edlen Spenders Verbringt seine Abende in der Taverne Dem werde ich auf den Grund gehen Gesundheit Adieu Adieu Da schwankt er rumwiesen Der Komplizer als Zeuge So warte Nee das nicht Ich muss noch mal dahin Aber bestimmt möchte ich erst mit dem Haim Bären gehen Und das Medikament holen Oder irgendwas Ja hier ist der Haim Bär Also ich bin da hart Das weißt ja jeder Ich muss schon sagen Das sind ja nur Typen Typen so wie du Typen so wie du Lalalala Okay sind's auch noch Stadtwache Tja Krempelt der mich Ah nee ich glaub's nicht Hey Wie soll ich denn da runterkommen Ah hier Ey was ist das denn für ein Weg Richtig beschissen Wie da ist das So hier Gast haben's Da lagen wir noch unser Zeug ab Schlagen die sich wieder Köpfe ein Was sollte ich gleich wieder tun? Verdammt macht was ihr wollt Aber setzt nicht aufs Boxen Das ist manipuliert Was wollt ihr? Was Ach er habe schon was Aufgeboren lassen Okay Wie ist das Ich trug Brauch ich nicht Was steht da Zucker Zuckerpuppe Das ist regeneriert Das ist regeneriert Kuss Das ist regeneriert Ausdauer Regeneriert Regeneriert Brauch ich nicht Das ist eine Tasche Das ist eine Tasche Sehkraft Das Bier kann Bomber auch Nicht oder Ist das Okay Das ist eine Tasche Das ist eine Tasche Und äh Das ist eine Tasche Das ist eine Tasche ist eine Tasche ... auch nicht... ... auch nicht... ... was das ist, weil ich auch noch nicht... ... ah, Alkohol... ... auch nicht... ... was sehr oft klingen überzügen... ... da weiß ich nicht, ob wir es momentan brauchen... ... okay... ... hier ist irgendwie ein Sack... ... der kann noch... ... mehr gefüllt werden... ... okay... ... ich muss sagen... ... ich muss sagen... ... verdammt... ... da kann man nix kaufen hier... ... oder was... ... das war ein... ... ADAT System... ... radieren... ... ja... ... und was war das nun... ... mhm... ... mhm... ... mhm... ... blieb der Wodka... ... im neuen Spielsmane Mitte auf den... ...unzugang der Schwarzhagen... ... aber... ... die Chö... ... Alkohol... ... hm... ... Apfelsaft... ... das kann auch verkauft... ... aber schenkt werden... ... so... ... ... Riesenroll... ... mit vollem Bukett... ... also... ... das hat er noch mal gehabt... ... hier... ... so... ... ... ... ... ... ich weiß es gar nicht mehr nicht aber als nur alkohol deswegen wäre wasser irgendwie das gesündeste hier vielleicht das einen ich glaube ich kaufe alle von 1 ich bin mir nicht so sicher was ich kaufen soll versafft vielleicht das ja okay das kann ich mir nicht vorstellen so vielen dank das sollte ich gleich wieder sechs verschwinde verschwinde dass ich es sehen kann für mich übersehen geben aus die augen so so gehen wir da hin und jetzt zurück ist zwar hin und her aber ja wir haben die zeit ich krieg dich ja okay das ist ja auch gut was ist jetzt los der friedhof tote und untote warten hinter diesem tor jede menge arbeit für einen hexer hilfe hey stecken wir das wären die gänge ich möchte eine sackkasse ist es doch ich war ich war da habe ich nicht dran bitte verschont siegfried sprach von euch der runde man gerannt kommt siegfried kam ich am arsch lecken so wie spreche ich denn ist ja und da alles auch ist denn nicht mehr wahr was du da sagst siegfried 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 Vielen Dank.